Limburg, Hessen, kurz nachdem Bauer sucht Frau International erwischte viele Zuschauer diese Nachricht kalt, Julia und Fritz haben sich getrennt. Die Hofdame schrieb, dass es nach bestimmten Vorkommnissen zum Kontaktabbruch gekommen sei, ließ aber offen, worum es sich handelt. Nun meldet sie sich erneut mit einer traurigen Nachricht zu Wort. Trennung von Fritz und Julia, Drama hinter den Kulissen Neben dem Traumpaar Ulrike und Heiko erwärmten Fritz, 45, und seine Hofdame Julia, 38, durch ihre zurückhaltende, liebevolle Art die Herzen vieler Bauer sucht Frau International Zuschauer. Umso geschockter waren viele von der überraschenden Trennungsnachricht, die Julia vor wenigen Tagen bei Instagram veröffentlichte. Darin deutete sie ein Drama hinter den Kulissen an, ich muss euch leider mitteilen, dass Fritz und ich keine gemeinsame Zukunft haben und auch kein Paar sind. Aufgrund aktueller Vorkommnisse habe ich den Kontakt zu ihm und seiner Familie eingestellt. Was ist da passiert? Die Antwort blieb die 38-jährige Mutter einer kleinen Tochter zunächst schuldig. So spekulierten viele, die Liebesgeschichte von Fritz und Julia sei nicht echt gewesen und die Blondine hätten nur ins Fernsehen gewollt. Nun hat sich die Bauer sucht Frau International Kandidatin erneut mit einer traurigen Nachricht zu Wort gemeldet. Julia meldet sich traurig zu Wort, dass ich nur feg bin. Ich bekomme aber auch immer wieder vorgeworfen, dass ich nur feg bin, eine Schauspielerin oder normal vor die Kamera wollte, berichtet sie in ihren Storys. Die 38-Jährige stellt jedoch klar, ich wollte bei Raute Bau ersucht Fritz International die Liebe finden, und es hätte ja auch funktionieren können. Meine einzige schauspielerische Erfahrung hatte ich lediglich als Kompassin in der Lindenstraße vor 15 Jahren. Wem es nicht passe, da könne gerne weiterreisen, so Julia. Über diejenigen, die es interessiert, wer ich bin und was ich mache, freue ich mich sehr. Ob die Hessin in der Zukunft noch einmal ins Detail gehen wird, was das für Vorkommnisse waren, die zum unwiederbringlichen Bruch zwischen er und Fritz führten? Unklar. Zu dem Liebesaus haben sich jedoch bereits mehrere Staffelkolleginnen zu Wort gemeldet. Während Ulrike etwa den Schlussstrich bedauerte, ihr wart doch so süß miteinander, stellte Gerfrieds Hofdame Angelika klar, fand euch auch mega lieb miteinander, aber wie wir alle Teilnehmer wissen, ist im TV anders als in der Realität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017